Am Freitag gibt es wieder eine neue Episode von Softwarearchitektur im Stream. Diesmal sind bei mir zu Gast Gernot Starke und Peter Ruschka. Die beiden haben ein ISAQB Advanced Modul ins Leben gerufen mit dem Namen Requirements Engineering for Software Architects. Mich würde natürlich brennend interessieren, warum Requirements Engineering ein spannendes oder wichtiges Thema für Softwarearchitektinnen ist. Und ich möchte Ihnen einige Fragen dazu stellen, wie wir in unserem Berufsalltag für bessere Anforderungen sorgen können und mit Anforderungen umgehen können. Falls euch das Thema auch interessiert oder ihr Fragen zu diesem Themenkomplex habt, dann kommt gerne vorbei und die beiden werden eure Fragen beantworten. Ich freue mich schon sehr auf die Folge und ich freue mich schon, dass ihr dabei sein werdet. Bis dahin. Tschüss. Ich freue mich schon, dass ihr dabei seid.